ja hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen eurotruck zwei video im letzten video habe ich schon gezeigt den mods vom daff und vom mercedes und ja das ist der daff das ist natürlich ein bisschen schlecht zu sehen im dunkel wir fahren mit dem dann gleich los zeige euch das mal auf der karte da wir durch spanien fahren und ich habe jetzt hier man sieht hier die gelben strecken die das habe ich jetzt gerade so erkundet im rahmen von cruising iberia und heute geht es dann das erste mal hier runter rüber nach portugal das ungefähr sechs stunden fahrzeit und da es so eine längere tour ist fahren wir dann auch gleich los ich habe hier das zwölfgang getriebe drin das ist ein bisschen blöd weil es ist eigentlich ein zwölf plus eins und jetzt habe ich den abgewirkt ja das ist ähm also das ist irgendwie ich weiß nicht das mit schalten das habe ich hier bei denen hier noch nicht so raus die konfiguration zum schalten ist hier die vom volvo dieses da kann man keine kann ja in den settings konfigurieren wie man die schaltkonfiguration haben möchte jetzt hoffe ich dass ich richtig fahre weil es gibt oben und einen unteren kreisverkehr man erkennt aber anhand des navis nicht wirklich muss man oben oder unten lang man hofft nur dass es die ausfahrt gibt die man braucht bei den kreisverkehren einmal bin ich habe ich mich schon verfahren da ähm und die sieht eigentlichen also die die konfiguration sieht eigentlichen ähm zwölf plus plus zwei getriebe vor das ist hier natürlich nicht gegeben und das ist ein bisschen blöd weil ich nicht weiß mit welchen ging ich dann wirklich fahr in dem moment so ging ich dann wirklich fahr in dem moment so ich bin mir eine ähm ich bin auch mit das ist du ich du du man merkt schon dass der lkw ein bisschen weniger leistung hat als der als der mercedes gerade beim anfahren ich weiß nicht was in letzter zeit seit dem letzten update ist es bei diesen auffahrten immer wieder stau und teilweise auch unfälle dass es weitergeht mir ist aufgefallen dass die zahl der staus seit dem update zugenommen hat ich weiß nicht ob das ein konflikt mit dem mit meiner mod ist die ich noch installiert habe für für den traffic kann ich nicht sagen wieso schickt er uns jetzt zurück weil ich eine ausfahrt verpasst wo fährt der ist der motor aus auch hier diese müllaster die ich hier jetzt gerade vor mir die bremsen gern mal den verkehr aus also da die kommen nicht aus dem pushen ich weiß nicht was das ist das ist irgendwie seit dem update auf 1.40 ich habe an meinen mods nichts geändert aber vielleicht mag sich die mod mit dem original traffic nicht so vertragen ich weiß es nicht also da muss man teilweise da fangen die autos anzubremsen produzieren staus hat man auch in real aber das ist hier schon wirklich extrem teilweise her ist ist das hier 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 Der LKW ist sehr träge in der Beschleunigung. Das merkt man. Das ist mein sechster Gang. Das regnet schon am 12. Ist jetzt hier die Auswahl raus? Sieht so aus. Hier sind zwei schöne Laster, gerade eben so, weil es ältere Laster sind, gefallen sie mir gut. Also manche moderne Laster sind da nicht so schön geworden. Vom Design her, der Mercedes, ich finde dieses alte Design auch immer noch sehr schön. Und auch der DAF hier ist wirklich, der erinnert auch an den einen noch Standard-DAF. Ich weiß jetzt nicht welcher das ist. Ich habe gerade die Nummer nicht, den Typ nicht im Kopf. Mal gucken. Sechs. Mal gucken. 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 Ja, das ist ein bisschen ungewohnt, das Ganze. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. Ja. 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 ... ... ... ... ... ... ... Ah, hätte aber linksbleiben können jetzt. Gut, da habe ich eine Spur für mich. Gut, da habe ich eine Spur für mich. Das wäre natürlich auch von SCS eine coole Sache, wenn die so ältere LKWs mit einbauen würden, so dass man da eben so wie hier den älteren DAF oder den, oh scheiße, Entschuldigung, ich muss dich abklemmen. Ähm, dass man auch so ältere LKWs fahren kann. Ähm, durchaus auch welche, die, weiß ich, aus den 80er, vielleicht sogar noch 70er Jahre stammen. Also, dass man wirklich auch alte Oldtimer noch benutzt kann. Ich meine, man sieht sie auf der Straße nicht mehr so häufig, aber es gibt ja durchaus einige Leute, sowieso nämlich auch, die ältere Autos oder auch LKWs mögen, ähm, dann die Möglichkeit haben, sowas mal zu fahren. Vielleicht ein eigenes DLC mit Oldtimern, die dann vielleicht so nach und nach erweitert werden. Das wäre schon eine coole Sache. Oder das neue Lichtsystem, was sie verbaut hat, da muss man wirklich, das ist noch so eine Situation, ich meine, immer an den Auffahrten, solche Unfälle. Warum auch immer. Ähm, naja, das neue Lichtsystem, also man hat da wirklich weniger Sichtweite. Ich meine, das ist in real ja auch so, dass man nur bis ein paar Meter vor einem den Lichtkegel hat. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen hier bei dem Spiel. Und mit der alten Beleuchtung, wenn ich ja die Lichtangemacht hätte, dann hätte ich bis sonst wo hin noch ausgeleuchtet alles. Die Lampen bei den Add-ons sind auch noch nicht alle auf das neue System umgestellt. Also ich habe da noch LED-Lampen, die funktionieren noch nicht. Und, ähm, ja, genau, bremst mich aus. Ähm, die sind zwar schon vielleicht ein bisschen angepasst, aber noch nicht optimal. Nein, nicht schon wieder. Diesmal habe ich die Spur zum Bezahl erwischt. Gerade wenn man da auch so alte ist. LKWs fährt. Dann macht das, sag ich mal, vielleicht noch mehr Spaß oder ist es noch realistischer, wenn man dann wirklich mit manuell nach Schaltung fährt. Weil die Modernen doch viel eher auf Automatikgetriebe setzen. Ähm, und hier, äh, wie man auch unschwer hier, äh, doch jetzt schwer im Dunkeln. Ähm, ähm, wie hier unten, halte ich ja im letzten Video, konnte man sehen, sind bei den alten LKWs noch richtige Schalthiebe. Und die modernen LKWs haben ja viel jetzt auch im Automatikgetriebe. Ist natürlich bequemer zu fahren. Aber für uns Simulationsspieler wahrscheinlich cooler, wenn man wirklich im Getriebe rühren kann. Jetzt quält er sich hier aber hoch. Und jetzt, ähm, wie hier unten, halte ich jetzt. Was bedeutet die blaue 50 da, also der blaue Kreis mit der weißen 50, das ist da drüber aber klar, Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber hier als LKW habe ich jetzt anscheinend keine Begrenzung auf 50 oder so. Komisch. Also wer in, ich glaube wir sind es schon in Portugal, wer das kennt, kann ja mal sagen, was das bedeutet. Richtgeschwindigkeit, zumindest in Deutschland für Tempen, Quadrat, blauen Quadrat und weißer Nummer angezeigt. Ich glaube, ich glaube wir sind nicht so. So, dann kann ich durchfahren. Da kann ich durchfahren. So, dann kann ich durchfahren. Oops. Vielen Dank. Ja, ansonsten, der LKW macht genauso Spaß zu fahren. Jetzt fehlen mir eigentlich noch ein alter Scania. Und, und, vielleicht noch ein alter MAN, wäre auch noch spannend. Vielleicht finde ich da auch noch ein paar gute Mods, mal gucken. Ja, ansonsten. 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 Ja. 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 Das war's für heute. 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 Und beim nächsten Video werde ich euch dann den Mercedes präsentieren. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.